Wolf, der geht da rum und so, der kommt das so an. Gut, das ist ein Jahr, warum dann auch nicht, der? Also, der hat seine Hose, die schon noch rumzumacht, und Händchen hebt das Röckchen, ihr wisst, ihr wisst sich, das sagt sie jetzt. Und dann kommt die Worte, der macht seine Arbeit. Ist Schütz auf den Kopf, aber voll zufrieden. Na, sagt Wolf, war das nicht schön? Ja, sagt der Wunder, wunderbar, aber jetzt fängt es nicht an zu essen. Ach, bitte, Herr Wolf, nehm es mich bitte noch einmal. Ich weiß, das ist ein kurzes Genüse, das Thema, da haben sie wieder Hunger. Ich bin das immer so klein für mich. Ja, sagt er, hast du recht. Also, die Rechte, die sind neu auf, für eine neue Arbeit. Wir wollen anfangen, und wir wollen anfangen, ich greife nach seiner Wurst und stürfe tot hin. Und Röckchen, sagt sie, du, das Röckchen runter, Fälschchen runter, nimmt das Körbchen, macht die Haare wieder, macht das, geht an, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da steht der Körbchen. Ich weiß, das ist ein Körbchen. Das darfst du nicht machen, der ist nur den dritten Wolken diese Woche. Ja! 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 Ja!